Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMA. Hamza Chimaev hat wirklich seine ganzen Fans mit einem Post schockiert, den er auch mittlerweile schon wieder gelöscht hat, Freunde. Vor kurzem hat Hamza Chimaev noch bei der UFC 294 gegen Kamaru Usman gekämpft, hat dann dort seine Hand verletzt, seine Bänder überdehnt, wurde dann da operiert. Und in Folge dessen hat er auch etwas Geisteskrankes enthüllt und zwar ein paar Bilder von seinem nicht aktuellen Gesundheitszustand, glaube ich. Kann aber auch sehr gut sein. Warum ich das für ein bisschen unwahrscheinlich halte, ist, weil er halt aktuell auch Bilder auf Instagram gepostet hat, wie er halt mit seinen Kollegen Skifahren ist. Aber diese Posts mit seinen Freunden können natürlich auch älter sein. Der Gesundheitszustand von Hamza kann auch etwas älter sein, aber auf jeden Fall nach dem Kampf gegen Kamaru Usman. Hamza Chimaev erlitt nämlich in der ersten Runde seines Kampfes bei UFC 294 gegen Usman einen Bänderriss in der rechten Hand. Chimaevs Manager sagten bei ESPN kurz nach dem Kampf, dass er versuchen würde, eine Operation zu vermeiden. Aber diese Änderung ist natürlich eingetroffen. Die Operation musste durchgeführt werden für Hamza Chimaev. Er sagte auch in einem Instagram Live direkt danach, ich werde eine Operation machen, eine Operation in ein, zwei Wochen. Danach werde ich mich erholen und zurückkommen. Aber die Erholung für Hamza Chimaev war etwas ausgelassen, muss man ganz klar sagen. Denn er hat gestern Abend Bilder gepostet auf Twitter, die er auch schon wieder runtergenommen hat. Und diese Bilder sind wirklich extrem, extrem, ja, schockierend für alle gewesen, für alle Zuschauer, die schon gesagt haben, ey, das liegt ganz klar im Übertraining bei Hamza Chimaev. Er postete Bilder nach seiner Operation, wo er wirklich so aussah, als hätte er eine allergische Reaktion auf irgendwas gehabt. Vielleicht auf die Mittel, vielleicht hat ihm einfach die Operation und der ganze Stress, der auf den Körper ausgeübt wurde, extrem zerstört. Also das sah wirklich gar nicht gut aus. Hamza sagte, ich war sehr krank, meine Hand war verletzt, sodass ich nicht sofort zurückkehren konnte. Ich möchte allen da draußen sagen, dass ich mich selbst am liebsten sofort kämpfen sehen wollen würde. Mehr als ihr alle, weil ich diesen Job so sehr liebe. Ich werde es tun und beweisen, dass ich der Beste bin. Wie immer tun wir alles und ich werde bald wieder zurück sein, um inshallah wieder zu trainieren, sagt Hamza Chimaev. Also um natürlich so wie Gott will, bald wieder zu trainieren, sagt er. Hier ist eine starke Aussage. Ich hoffe, dass er natürlich auch bald wieder trainieren kann. Viele sagen, wie gesagt, es geht ums Übertraining bei Hamza Chimaev, dass er nicht auf seinen Körper hört. Aber wenn es hier an der Operation liegt und Hamza angreifbar ist für so etwas, vielleicht eine allergische Reaktion auf irgendwelche Narkosemitte hatte oder ähnliches, wäre krass. Ich hoffe, er erholt sich komplett und kommt stärker zurück. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei Notime. Bis zum nächsten Mal hier bei Notime.